In Ergänzung zum ersten Teil des gemeinsamen Infotalks von Carmen Wege und Dirk Haldenblut, nun der Teil zum Vermittlungsausschuss und Säule 2. Wird die Entkriminalisierung zum 1.4. stattfinden? Alle Informationen zum Thema Vermittlungsausschuss von den SPD-Bundestagsfraktionsberichterstattern Wege und Haldenblut nun zu sehen. Schauen wir es uns an. Die Masse nicht relevant. Ich würde sagen, wir kommen jetzt eher mal zum Vermittlungsausschuss. Denn wir haben es ja jetzt im Bundestag beschlossen, das Gesetz, mit großer Mehrheit möchte ich sagen. Und genau, jetzt geht das Gesetz seinen Weg und jedes Gesetz muss in den Bundesrat. Sowohl zustimmungspflichtige Gesetze als auch Einspruchsgesetze. Und das heißt, das Cannabis-Gesetz steht am 22.03. auf der Tagesordnung des Bundesrates. Und genau, muss dort beraten werden. Und jetzt steht im Raum von einigen Ministerinnen und Ministern, die nicht ganz so zufrieden sind mit dem Gesetz, dass man doch einen Vermittlungsausschuss anrufen wollen würde. Dirk, vielleicht kannst du ja erst mal erzählen, wie genau wird sowas funktionieren? Genau. Also zunächst mal, und das ist auch eine Frage, die häufig gestellt wird, finden vor dem sogenannten Plenum im Bundesrat auch diverse Ausschüsse statt. Das ist ähnlich wie bei uns im Bundestag. Also da gibt es einen Gesundheitsausschuss, da gibt es einen Innenausschuss und diverse mehr. Diese Ausschüsse beraten zunächst mal das Gesetz und geben eine Empfehlung, ausschließlich eine Empfehlung für die Frage ab, ob der Vermittlungsausschuss angerufen wird. Das kann durchaus auch mit Mehrheit passieren in den nächsten Wochen, weil in den Ausschüssen in aller Regel ja nur ein Minister, eine Ministerin sitzt. Die gehören dann einer Partei an. Und da kann die Mehrheitsverhältnisse anders sein als im Bundesrat, im Plenum, weil da die Koalitionen nicht in dem Sinne vertreten sind. Und in aller Regel man auch nicht unbedingt auf das guckt, was sozusagen Koalitionsvereinbarung ist. Das heißt, es kann sein, dass wir in den nächsten zwei Wochen, das dritte ist glaube ich in zwei Wochen, in den nächsten ungefähr drei Wochen, in den nächsten Wochen erleben werden, dass Ausschüsse des Bundesrates empfehlen, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Mit unterschiedlichen Mehrheiten möglicherweise, kann ich gar nicht genau sagen. Das ist aber noch nicht der Beschluss zur Anrufung des Vermittlungsausschusses. Der wird ähnlich wie ein Gesetz erst im eigentlichen Plenum, also in der Gesamtsitzung des Bundesrates gefasst letzten Endes. Und ob es dann am Ende dazu kommt, das entscheidet halt die Mehrheit des Plenums. Und bei der Mehrheit des Plenums muss man halt berücksichtigen, dass in aller Regel in Koalitionsverträgen und fast alle Regierungen in diesem Land sind Koalitionsregierungen in den Bundesländern, in Koalitionsverträgen drinsteht, dass sich sozusagen die Koalitionspartner einigen müssen, wie sie abstimmen. Und wenn sie sich nicht einigen können, dann müssen sie sich im Zweifel enthalten. Auch das ist häufig Teil des Koalitionsvertrages. Das heißt, wenn es nicht ausreichend Stimmen am Ende im Plenum gibt, weil sich einige enthalten, sicherlich auch einige nicht dafür stimmen werden, den Vermittlungsausschuss anzurufen, dann wird eben kein Vermittlungsausschuss angerufen. Es muss die Mehrheit des Bundesrates am Ende dafür sein. Ist die Mehrheit des Bundesrates am Ende dafür, dann wird der Vermittlungsausschuss angerufen, höchstwahrscheinlich vom Bundesrat. Das kann wieder in unterschiedlichen Arten passieren. Man kann ihn zu einem Themenschwerpunkt anrufen. Also die Justizministerinnen und Justizminister haben ja deutlich gemacht, ihnen geht es vor allen Dingen um die Regelung des Inkrafttretens und dabei allerdings vor allen Dingen um die Frage der Amnestie-Regel. Also es kann sozusagen für einen Punkt dann der Vermittlungsausschuss angerufen werden. Ein Aspekt, was diesen nicht unbedingt hindert, auch andere aufzugreifen. Aber das wäre dann eine beschränkte Anrufung sozusagen. Der Vermittlungsausschuss kann aber auch angerufen werden, um sich über das Gesamtgesetz zu einigen. Je nachdem, was dann am Ende das Plenum dazu entscheidet. Wir gehen nach wie vor davon aus und hoffen auch darauf, dass es keinen Vermittlungsausschuss geben wird, weil wir schon glauben, dass wir das Gesetz, nein, sicher sind, dass wir das Gesetz so vernünftig gemacht haben, dass der nicht notwendig ist. Aber letzten Endes ist das tatsächlich keine Entscheidung mehr, die in den Händen sinnvollerweise auch der Bundestagsabgeordneten liegt. Es ist ja die Zweite Kammer. Und die soll natürlich ihr Recht auch haben, damit umzugehen. Ich habe jetzt einiges erläutert. Ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hast, weil ich weiß, du hast gerade nach einer niedlichen jungen Dame gucken müssen, die ganz offensichtlich Unterstützung anderer Art brauchte. Also zu den Ausschüssen habe ich kurz was gesagt, auch dass wir damit rechnen können, dass da womöglich Beschlüsse entsprechend fallen, dass die aber nicht abschließend sind. Und dann habe ich zum Bundesrat was gesagt. Vielleicht hast du noch mal was zur Zusammensetzung und dazu, wie so ein Vermittlungsausschuss dann funktioniert. Ja, genau. Ich bin wieder da, Tochter ist versorgt. Genau. Ja, also ich war selber schon mal Mitglied in einem Vermittlungsausschuss beziehungsweise der Vermittlungsausschuss selbst. Wird eigentlich am Anfang jeder Legislatur gewählt. Da sitzen ausgewählte Abgeordnete drin. Und wenn ein Vermittlungsausschuss angerufen wird, dann gibt es Verhandlungsgruppen. Und die sind häufig besetzt mit, also ein Vermittlungsausschuss zum Cannabis-Gesetz würde Karl Lauterbach leiten, als zuständiger federführender Minister. Und dann würde quasi das Parlament Menschen zum Verhandeln entsenden und die Länder. Und im Parlament ist das dann häufig der zuständige Berichterstatter. Also Dirk, du würdest möglicherweise in einem Vermittlungsausschuss sitzen oder vielleicht dann auch noch Heike Behrens, Dagmar Schmidt. Also alle, die quasi für dieses Gesetz zuständig gewesen sind, würden für die SPD in diesem Vermittlungsausschuss sitzen beziehungsweise in der Arbeitsgruppe. Die Länder entsenden auch Menschen, die dort sitzen. Das sind häufig die Ministerinnen und Minister. Und zwar alle Bundesländer. Also in einem Vermittlungsausschuss sitzt dann sowohl Bayern als auch Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern. Alle sind mit dabei. Und dann wird halt verhandelt. Und alle haben die Punkte mit dabei, die sie ändern wollen. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, könnte auch nur ein eingeschränkter Anrufgrund sein. Oder man macht halt das ganze Gesetz komplett auf. Ja, also ich bin aktuell tatsächlich auch ganz guter Dinge, weil auch wenn jetzt zum Beispiel der Justizminister aus Nordrhein-Westfalen sagt, er möchte eigentlich einen Vermittlungsausschuss, eine Vermittlungsausschussinitiative aus dem Rechtsausschuss heraus, kann es trotzdem sein, dass sich seine Partei dagegen entscheidet, insgesamt im Plenum dann den Vermittlungsausschuss anzurufen und sich enthält. Und Enthaltungen, die gelten im Plenum wie eine Nein-Stimme. Und wenn also die Frage lautet, soll es einen Vermittlungsausschuss geben, ja oder nein, und sich jemand enthält, ist es eigentlich eine Nein-Stimme. Und deswegen glaube ich schon, dass wir quasi den einen oder anderen Minister oder Ministerin hören, die dafür ist, einen VA anzurufen, am Ende des Tages aber die Gesamtpartei sich dann dafür entscheidet, das in letzter Konsequenz doch nicht zu tun. Das ist übrigens tatsächlich nicht ungewöhnlich. Also wir haben schon öfter erlebt, dass wir aus diversen Ausschüssen gehört haben, man will anrufen, dann aber am Ende im Plenum keine Anrufung zustande gekommen ist. Es kann übrigens auch genauso umgekehrt sein. Also es kann auch sein, dass die Ausschüsse das passieren lassen. Aber das Plenum sich aus welchen Gründen auch immer, man hat kurz vorher noch, keine Ahnung, an anderer Stelle Stress gekriegt, sich entscheidet doch noch anzurufen. Das heißt, leider, und das ist eine Frage, die immer, immer wieder gestellt wird, wir können hier prognostieren bis zum Abwinken. Man kann rechnen, man kann überlegen, wie das alles ausgehen könnte. Wirklich wissen werden wir es erst am 22.03. Vorher ist alles sozusagen Spekulation. Und deswegen können auch wir nicht verbindlich sagen, gibt es einen Vermittlungsausschuss oder gibt es keinen Vermittlungsausschuss? Also zum einen sind wir nicht wirklich federführend und zuständig. Und zum anderen, es entscheidet am Ende das Plenum des Bundesrats. Und das tagt am 22.03. Und dann wird es darauf ankommen, auch wie sich die einzelnen Koalitionen in den Bundesländern verhalten. Nicht nur wie einzelne Ministerinnen und Minister letzten Endes bestimmte Sachverhalte sehen. Und das müssen wir tatsächlich auch abwarten. Es werden, das weiß ich ja, viele Gespräche geführt, natürlich immer wieder im Hintergrund, informierend, aufklärend. Aber ob das am Ende zum Ziel führt, das können wir nicht sagen. Und ob am Ende die Mehrheiten reichen, um einen Vermittlungsausschuss anzurufen, können wir auch nicht sagen. Wenn es dazu kommt, das kann man allerdings leider sicher sagen, dann werden die Fristen nicht gehalten, die im Gesetz stehen. Weil wenn der Vermittlungsausschuss tagt, tritt das Gesetz nicht in Kraft, bis der Vermittlungsausschuss ein Ergebnis hat und das Ergebnis dann entsprechend beschlossen wurde. Und man kann auch nicht davon ausgehen, dass es dann rückwirkend in Kraft tritt, sondern es tritt dann eben nach Abschluss des Vermittlungsausschusses in Kraft. Kannst du noch was dazu sagen, weil da gibt es ja auch viele Spekulationen, wie lange sowas sich dann ziehen kann? Naja, also es kann sich schon lange ziehen. Also es gibt Verhandlungen, die gehen super schnell. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel politischer Wille auch dahinter steckt, schnell durch so einen Vermittlungsausschuss zu kommen, wie groß der Gegenstand ist, über den man verhandelt. Und tatsächlich ist es ja, ich sage jetzt einfach mal, nur ein Einspruchsgesetz. Also theoretisch könnten wir als Bundestag auch einen Vermittlungsausschuss ablehnen mit einfacher Mehrheit und das Zurückweisen, dass wir in den Vermittlungsausschuss gehen. Das passiert aber nicht. Selbstverständlich reden wir mit unseren Ländern, wenn sie Redebedarf haben und man das vorher nicht ausräumen konnte. Aber das muss quasi dreimal scheitern, der Vermittlungsausschuss, bevor man dann tatsächlich sagt, okay, nee, jetzt sagt der Bundestag, reicht jetzt mit dem Verhandeln, jetzt geht es weiter. Ich glaube aber, sollte es zu einem Vermittlungsausschuss kommen, dann haben alle ein großes Interesse daran, dass es schnell über die Bühne geht. Weil zumindest selbst bei denen, die jetzt gesagt haben, sie würden gerne noch mal über das Inkrafttreten sprechen, habe ich nicht wahrgenommen, dass sie das Gesetz grundsätzlich verhindern wollen. Kann aber natürlich trotzdem passieren. Und deswegen halte ich das Anrufen von einem Vermittlungsausschuss für höchstgradig gefährlich. Bin, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen irritiert darüber. Also, dass es jetzt mal kritische Stimmen aus unserer Partei gegeben hat, das ist schon im ganzen Verfahren so, aber dass es von den Grünen auf einmal kommt, finde ich ganz seltsam. Und selbst die Linken in MV haben sich ja kritisch geäußert. Also, da kippen quasi Parteien, die die Legalisierung so vor sich hergetragen haben, bis zum Gehtnichtmehr auf einmal um. Das finde ich ganz, ganz seltsam. Und wie gesagt, höchstgradig gefährlich für das Grundanliegen, was wir alle haben. Und genau, bin aber wie gesagt noch guter Dinge, dass wir das hinkriegen. Ja, wobei man einschränkend sagen muss, es kippen hoffentlich nicht Parteien, die sich dafür eingesetzt haben. Bisher habe ich den Eindruck, die stehen alle noch. Auch unsere übrigens, auch wenn es da kritische Stimmen gab. Aber es kippen zunehmend einzelne Personen und möglicherweise eben welche, die dann in den Ländern uns Schwierigkeiten bereiten. Ich gehe aber davon aus, dass die Kolleginnen und Kollegen mit ihren Ministerinnen und Ministern und mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat auch reden werden, um das in irgendeiner Form zu erläutern und damit umzugehen. Aber wie gesagt, was einzelne Stimmen sagen, ist sowieso zunächst mal nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, wird am Ende es ausreichend Länder geben, die tatsächlich zustimmen. Dazu müssten dann allerdings auch von den eigentlich Befürworterinnen und Befürwortern, welche mitgehen. Sonst kann das nicht klappen. Das kann man ja unschwer ausrechnen. Das ist ja nicht ganz so schwierig beim Bundesrat. Das ist ja alles aufgezeigt sozusagen. Genau. Das vielleicht noch mal dazu. Ich will an der Stelle noch mal sagen, ich persönlich fände es wirklich schrecklich, wenn wir noch weiter und länger Menschen kriminalisieren, in Existenznöte treiben und letztlich ja auch unendlich viele weitere Verfahren anhäufeln würden. Das muss man halt bei all den Argumenten, die immer wieder gebracht werden, einfach mitbedenken. Ich will aber auch sagen, das wäre auch für die Gesundheitspolitik ein wirkliches Problem, weil wir viele Millionen Präventionsmittel nicht freigegeben kriegen, wenn das Ganze passiert. Was natürlich bedeutet, dass auch das erst viel später startet, weil wir die Veränderungen, die wir im Bereich Cannabis als Medizin machen wollen, und da ist auch das Weg aus dem BTMG ein wichtiger Aspekt. Diese Verbesserung für viele Patientinnen und Patienten nicht auf die Kette kriegen, es für die Ärztinnen und Ärzte weiter riesig schwierig bleibt. Und last but not least, weil es auch wirtschaftlich erhebliche Konsequenzen hätte. Wir torpedieren weiterhin den Anbau von Cannabis als Medizin in Deutschland, wenn das Gesetz nicht zustande kommt. Und das bedeutet, dass wir ganz viel auch wirtschaftlich da in Schaden setzen. Und da bin ich noch bei einem Punkt, Carmen, und dann gebe ich gerne nochmal an dich, der auch immer wieder gefragt wird. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Fragen, aber bei mir läuft auch nichts mehr durch, zum Vermittlungsausschuss mehr gesehen. Ich glaube, das haben wir auch weitgehend erschöpfend geklärt. Das ist die Frage CBD, Nutzhanf, Rauschklausel etc. pp. Ja, die Rauschklausel ist nicht entfernt worden bei diesem Gesetz. Die ist immer noch da. Und sie ist ein Riesenproblem und sie seucht auch dafür, dass es in Deutschland erhebliche Probleme beim Anbau von Nutzhanf und auch für viele CBD-Shops und andere gibt. Das ist aber nicht böser Wille und das war auch kein Problem der Einigung, sondern es war relativ glaubwürdig dargestellt worden, dass dieser Eintrag am Ende das Gesetz notifizierungspflichtig bei der EU machen würde. Und das hätte das Inkrafttreten irre hinausgezögert, wenn es überhaupt dazu gekommen wäre. Und deswegen haben wir das nicht gemacht. Es gibt aber den übereinstimmenden Willen aller Koalitionspartner, dass, sobald das Gesetz beschlossen ist, und auch das ist dann wieder ein echter wirtschaftlicher Brocken, und der sich verschiebt, das dann auch möglichst schnell mit einem anderen Gesetz zu machen, das bei der Notifizierung nicht das Riesenproblem letzten Endes aufweisen wird. Weil in anderen Ländern gibt es die Klausel ja nicht. Und insofern kann es eigentlich auch nicht sozusagen zur Ablehnung kommen. Das Problem ist nur, hätten wir dieses Gesetz notifizierungspflichtig gemacht, hätte die Ablehnung am Ende aus ganz anderen Gründen erfolgen können. Und deswegen war das uns so wichtig, dass das da nicht vermengt wurde. Das vielleicht nur noch mal zur Klarstellung, weil immer wieder ich auch von Leuten, die mit CBD-Blüten zu tun haben und Leuten, die mit dem Nutzhand was machen wollen, auch von Menschen aus dem landwirtschaftlichen Bereich angesprochen werde, wann denn dieses Drama endlich endet. Auch das endet erst, wenn das Gesetz beschlossen ist und wir dann den nächsten Schritt gehen können. Und vielleicht kam, wenn du willst, noch ein Satz zu Säule 2 bei nächster Schritt. Ja, mache ich gerne. Oder dann du wieder, weil ich will gleich noch was zur Amnestie sagen, weil das haben wir heute noch gar nicht gehabt. Das ist ja einer der Gründe, warum die Grünen sich jetzt auf ein späteres Inkrafttreten eingeschossen haben. Also zumindest aus NRW heraus und auch aus Hamburg heraus. Die Hamburger Grünen wollen es aktuell auch, meines Wissens nach. Das liegt daran, dass die EDV-Erfassung in den Ländern ganz, ganz schlecht ist. Wir haben ja geregelt, dass alle laufenden Verfahren oder Strafen, die in der Vollstreckung sind, neu berechnet werden müssen. Weil wir nicht wollen, dass Menschen für etwas bestraft werden, was nicht mehr strafbar ist. Das hört sich ja auch erstmal logisch an. Genau. Und das Problem der Staatsanwaltschaften ist bei dem Umsetzen, dass sie nirgendwo sehen können, ob jetzt jemand wegen Cannabis verurteilt wurde, wegen Heroin, wegen Crack oder was auch immer. Das heißt, sie sehen in ihren Dateien nur Vollstreckung wegen BTM. Das heißt, sie müssen quasi jede einzelne Akte in die Hand nehmen oder digital aufschlagen, wenn sie denn schon digitalisiert sind, und gucken, wegen welcher Droge ist diese Person verurteilt worden und welche Mengen waren das eigentlich. Das heißt, es ist ja, es ist Mehrarbeit für die Justiz, weil sie sehr, sehr viele Akten anpacken müssen. Die wenigsten davon werden tatsächlich unter dieser Amnestieregelung fallen. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Und die einzige Situation, in der die Bundesländer in Entschädigungszahlungen laufen, ist eigentlich die Situation, wenn Menschen im Gefängnis sitzen, obwohl bei einer Neuberechnung der Strafe kein Freiheitsentzug mehr da wäre. Aber das, muss ich sagen, kann man in fünf Wochen schaffen, die Akten aller Insassen im Gefängnis mal anzuschauen, die wegen Betäubungsmittel verurteilt worden sind, um dann eine Neuberechnung vorzunehmen. So viel Vertrauen habe ich in die Justiz. Ich weiß, die können das. Und man liest es ja auch überall. Jeder weitere Tag, den wir das nicht in Kraft treten haben, sind 500 Strafverfahren mehr, die dann aber auch wieder eingestellt werden müssen, die dann auch wieder möglicherweise neu bewertet werden müssen. Also macht es wirklich überhaupt gar keinen Sinn, so zu argumentieren? Insbesondere, weil die Justizministerinnen und Minister schon lange wussten, was auf sie zugekommen ist. Ich kann das verstehen, dass man das nicht gerne hat. Die Justiz ist unfassbar überlastet. Und der Pakt für den Rechtsstaat 2.0 wäre schon längst überfällig. Aber das ist kein Grund, um ein Inkrafttreten nach hinten zu schieben. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Und im Übrigen auch zum Beispiel die Meinung der neuen Richtervereinigung. Also es gibt auch Richterinnen und Richter und Staatsanwälte, die sehen das ganz genauso wie ich. Und deswegen hoffe ich, dass da viele Länder stabil sind. Eins zum Beispiel ist Hessen. Da hat der Justizminister seine Pressemitteilung vor ein paar Tagen zurückgezogen, dass er einen Vermittlungsausschuss anrufen möchte. Einfach, weil man sich in der großen Koalition, die es in Hessen gibt, offensichtlich uneins darüber ist, ob man den Vermittlungsausschuss anruft. Und das bedeutet eine Enthaltung. Aber jetzt eine 2, Dirk. Da haben wir jetzt noch eine Minute für Zeit oder ein paar Sekunden. Wir können eigentlich auch noch nicht so viel dazu sagen. Also mehr als sozusagen das, was bisher bekannt ist, kennen wir auch noch nicht. Aber wir wissen und sind zuversichtlich, nein, wir wissen eigentlich, sobald das Gesetz jetzt beschlossen ist, wird es an Säule 2 gehen und mit Säule 2 weitergehen. Wir bleiben da auch intensiv am Ball. Denn eins ist völlig klar, für mich auf jeden Fall, das kann nur der erste Schritt sein. Mit dem Ergebnis dieses Gesetzes bin ich zufrieden, weil wir endlich entkriminalisieren und eine Menge Dinge positiv voranbringen. Aber abschließend zufrieden kann man erst sein, wenn die Legalisierung im Vergleich bei Kanada oder anderer Länder, die diesen Gesamtweg gegangen sind, endlich ganz durch ist und auch niemand mehr auf Eigenanbau oder möglicherweise ein Cannabis-Club oder was auch immer angewiesen ist. Ich will, dass Sie schlecht machen, ist bestimmt auch eine schöne Sache. Und wenn man eine schöne Gemeinschaft hat, klasse. Aber trotzdem ist es einfach für viele auch wichtig, dass Sie das Cannabis legal, und zwar das, von dem Sie auch wissen, was es ist, was es enthält, dass Sie das legal erwerben können. Und deswegen ist Säule 2 so wichtig, Modellprojekte. Ich hoffe, dass sich dann viele schnell entschließen, die auch zu machen. Und für mich ist das Allerwichtigste natürlich, dass danach dann Säule 3 kommt. Das werde ich politisch nur noch aus dem Hintergrund betrachten können. Aber kamen wird das ganz sicher dann in der nächsten Legislatur ins Ziel schubsen. Weil am Ende muss halt stehen, dass wir flächendeckend eine vernünftige Ladenstruktur haben und nicht mehr den Schwarzmarkt sehen. Das ist der entscheidende Punkt. Das vielleicht jetzt noch zu Säule 2. Also gehen wir ran, sobald das Gesetz jetzt durch ist. Auch das würde möglicherweise natürlich durch den Vermittlungsausschuss dann ein bisschen nach hinten geschoben werden. So, jetzt hoffe ich, haben wir einige Fragen beantwortet. Es tut mir leid, dass wir zu der allumfassenden Frage, gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Keine abschließende Antwort geben können. Wir werden uns dann aber sicherlich, das kann man glaube ich zusagen, nach dem 22.03. so oder so kurzfristig wieder melden, um dann einzuordnen, was mit ihm, der hoffentlich nicht kommt, oder wie es jetzt ohne ihn dann aussieht, um das dann nochmal deutlich zu machen. Ein paar Dinge, wie das jetzt mit den Clubs ist und den Fristen und ähnlichen Sachen mehr haben wir ja noch nicht erörtert. Und dann können wir auch nochmal Fragen sammeln. Und wenn das stimmt, was einige schreiben, dass sie eigentlich keine Fragen mehr haben, nur noch den Vermittlungsausschuss sehen wollen, dann brauchen wir uns vielleicht auch nicht wieder melden. Dann sagen wir nur, war nicht. Und ihr könnt dann jetzt klarkommen mit dem Gesetz. Kahn, dir herzlichen Dank. Ich weiß, dass du jetzt bestimmt nochmal nach deiner Tochter gucken musst, ob die auch irgendwann ins Bett kommt. Das ist auch ganz wichtig. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Euch allen auch. Und bis demnächst. Tschüss. Schönen Abend euch. Tschau. 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 Vielen Dank.